Ja, Hallöchen. Heute ist der 2.9. 2010. Es ist gerade 17.01 Uhr. Ich habe gerade, weiß ich nicht, so und so viel 11 Kilometer hinter mir. Bin gerade ein bisschen genervt, weil ich zurzeit nicht so die Kraft habe wie sonst. Ich hatte zwei Pausen gehabt. Einmal am Freitag und am Montag. Ja, keine Ahnung, woran das liegt. Ich muss da mal schauen, ob das jetzt einfach nur Tagesform abhängig ist oder sowas. Da kommt Traktor, der will ja auch nicht jetzt rum. Ja, ansonsten, Wetter geht eigentlich einigermaßen. Es ist noch trocken, es misselt zwar. Es wird laut. Ja, es wurde jetzt gerade laut. Ja, wie gesagt, ich bin etwas genervt, aber ich muss jetzt gucken, dass ich die letzte Strecke auch noch schaffe. Wie viele Kilometer habe ich noch? Da sind 17, die ich jetzt noch vor mir habe, aber ich denke mal, das müsste ich jetzt irgendwie auch gleich schaffen. Jedenfalls, ich musste mal gerade absteigen vom Rad, weil ich auch noch das Problem habe. Ich weiß nicht, woran das jetzt liegt. Denn vielleicht ist es auch nur ein Fake, weil ich die ganze Zeit so das Gefühl habe, ich müsste auf Toilette, was mich jetzt auch ein bisschen stört. Aber dabei war ich, als ich von der Arbeit losgefahren bin, auch schon noch auf Toilette gewesen, sicherheitshalber. Kann vielleicht aber auch daran liegen, dass ich hier momentan die Maler im Keller habe. Die Frauen wissen, wovon ich spreche. Ja, keine Ahnung. Aber ich würde sagen, ich melde mich morgen. Morgen ist ja wieder Freitag. Morgen werde ich auch definitiv fahren. Es sei denn, es regnet und strömen, was ich nicht hoffe. Aber das denke ich mir mal, das kriege ich schon hin. Ja, und momentan ist es so, dass ich jetzt auch versuche, irgendwie an Klamotten zu kommen, die herbst- und wintergerecht sind. Mal gucken, ob ich da in meiner Größe was finde. Ja, das wäre es erstmal für heute. Und dann würde ich sagen, bis bald. Tschüss!